Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Mode-Apero. Ihr Scope Warenhaus hat in diesem Mode-Journal die schönsten Vorschläge der aktuellen Herbst- und Wintermode zusammengestellt und daraus möchten wir Ihnen jetzt gerade ein paar Kostproben servieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war jetzt eine kleine Degustation an Mode-Neuheiten. Richtig geniessen können Sie natürlich die Herbst- und Wintermode nur in den Scope Warenhäusern und zwar im VHZ Basel, Rieflihof Bern, Kibob Thun, St. Annahof Zürich und in den Scope City Warenhäusern von Aarau, Grenken, Olten, Schaffhausen und Winterthur. Wie immer können Sie mit dem Coupon aus dem Coupon-Mode-Journal einen tollen Wettbewerb mitmachen und interessante Preise gewinnen. Wie zum Beispiel eine zweitäckige Degustationsreise für zwei Personen ins Wallis oder ins Wattland. Und neben diesen Reisen gibt es auch noch Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel ein schönes Zinset oder so eine Karaffe mit sechs Gläser. Und natürlich noch weitere tolle Überraschungen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Und jetzt habe ich noch zwei Mitteilungen zu machen betreffend Ladeneröffnungen. Am Freitagmorgen geht in Atliswil im Kanton Zürich das neue Coupon-Center auf. Und ebenfalls übermorgen morgen wird in Basel das Coupon-Interieur nach einem grossen Umbau wieder eröffnet. Ein umfassendes Einrichtungsangebot auf über 4000 Quadratmeter können Sie dort erleben. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken, dass Sie Zeit haben. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es die neuesten Pullover zu sensationellen Preisen. Zum Beispiel die Kinder- und Mädchenpullover für nur 23 bis 28 Franken. Und die Damen- und Herrenpullover für nur 32 bis 39 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Schachtel Schweizer Eier an 6 Stück, statt 2,35 nur 1,90. Alle Coop-Sirup in der Eiliterflasche sind jetzt 50 Franken günstiger. Zwei Paar Wienerli statt 2,50 nur 2 Franken. Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Kappen und 500 Gramm statt 1,80 nur 1,40. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 nur 90 Kappen und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. Doppelrahmkäse Gerba Gala zweimal 80 Gramm statt 3,20 nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag auf Italien trauben 1 Kilo nur 1,90 oder 4 Kilo nur 7,20. Auf Wiedersehen!